Musik Der heilige Berg der Franken, das Walballer bei Forchheim. Und wir werden ein neues Video drehen, heute für euch. Wallenstein-Video-Dreh, Making-of. Herzlich willkommen am Set. Der Tag bricht an und Mars regiert die Stunde. Verheertes Land, gleicht ein. Tempo heißen Männer. Wir sind schon mittendrin auf dem Walballer dem heiligen Berg der Franken bei Forchheim am Wallenstein-Video-Dreh. Und es ist äußerst sonnig, weil wir hier mit drei Männern den 30-jährigen Krieg nachstellen möchten. Aber wir probieren. Es sieht auch schon ein bisschen ramponiert aus. Und der Dreh ist anstrengend. Der Spreder. Jetzt wird weiter gedreht. Marschieren. Jawohl. Macht Spaß mal richtig ernst zu sein bei einem Video. Vor allen Dingen auch mit diesen Turbulenzen um dieses Rammstein-Video. Da wird es gleich... Ja, jetzt fangen die auch noch an hier mit Mut. Und deutscher Geschichte und so. Ja, eben. Na ja, wir machen das, was bei Rammstein noch fehlt. Das fehlt, genau. Ein 30-jähriger Krieg ist ja nicht normal. Hallo Rammstein, bitte auch alle 30-jährigen Krieg bringen, okay? Okay. Könnt ihr bitte auch alle 30-jährigen Krieg? Du hast. Nein. Okay. Ja, kennt ihr schon die Geschichte, wie Tim danach sich auf der Bühne mit einer hölzernen Akustik-Gitarre einen Zahn ausgeschlagen hat? Hat er wirklich. Einer seiner Trainer ist nicht echt. Ich habe ihn auf der Bühne auf dem Boden gefunden und mir in die Hosentasche gesteckt, also Konzert zu Ende gespielt und ihm danach gegeben. Ohne Witz. Los Männer, auf geht's. Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei, vier, links. Kannst du Französisch gut? Ich kann ja nicht. Nicht so gut, auf was weiß ich. Kannst du schon was schreiben wie Danke für eure... Hallo. Schöne Grüße aus Deutschland. Äh, Peter hat schon auf. Ich dachte, ihr redet noch mal ein bisschen, wie geil das Zeug ist so. Welches Zeug? Das Zeug ist supergeil. Richtig gut gefallen. Richtig gutes Zeug. Richtig gutes Zeug. Wasser aus der PET-Flasche. Sehr schwer zu kriegen, aber es lohnt sich wieder. Gut, gut, ja. Zeig nochmal. Ben und Gustav hat ein Argument. Gustav hat gewonnen. Richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Guter Streit. Schöner Streit, war ein schöner Streit. Es hat viel Qualität, der Streit. Gut gefallen. Richtig Streit. Ohne Worte gelöst. Er streit sehr großes Blut. Schöner Streit zu kriegen, ja. Richtig gut. Aber es ist was Besonderes auch. Guter Verband, richtig gut. Ja, richtig gut. Richtig viel Blut. Richtig gut. So ihr Lieben, wir sind gerade am Set. Und wir haben ein neues Video gedreht von unserem neuen Album in jener Nacht, der Song Wallenstein. Ab jetzt auf YouTube. Hört gerne mal rein und wenn es euch gefällt, dann schaut auf der Tour vorbei. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Viel Spaß mit dem Video. Wir sind verloren an deines Ausschein des Schicksals schlimmer. Halt ein Teil, bis durch das Land.